Herzlich Willkommen im Aquacentrum. Wir haben ein paar Beispielinstallationen gesammelt, damit Sie sich vorstellen können, wie ein Ionisierer in Ihrem Haushalt aussehen kann. In diesem Video sehen Sie einen Alsborn D-On Special in der Küche von Herrn Kirchner. So, mein Name ist Patrick Kirchner. Ich bin vom Beruf Ernährungsberater und nach dem Studium und Jahre später habe ich über Ionisierwasser, über Kangenwasser viel gelesen. Wasser ist einer der wichtigsten Nährstoffe in unserem Körper. Und ja, ich habe lange gesucht für ein gutes Ionisiergerät. Dann habe ich die Firma Aquacentrum in München im Internet gefunden. Und dann habe ich mir so eine Alsborn D-On Special gekauft, vor ca. 6 Jahren. Das ist sehr, sehr gut. Ja, über Kangenwasser bin ich, über Ionisierwasser bin ich draufgekommen in mein Studium und dann über, viel über so Studiumliteratur. Einer der besten Gastroenterologen der Welt, Hiromi Shinya, der ist ein Japaner, der halt mehrere Bücher geschrieben hat, über Ionisierwasser, über Kangenwasser. Nicht nur über Gastroenterologen. Und er hat mehrere Kliniken auf der Welt, die sind auch so VIP-Leute und berühmte Leute zu ihm gekommen. Ionisierwasser ist eine sehr gesunde Variante, weil die Krankheit sehr, sehr schnell beruhigen oder halt beseitigen wird. Ionisierwasser wird von dem Körper sehr schnell aufgenommen. Die Zelle werden sich schnell, ähm, von der Zelle wird schnell aufgenommen. Der ist halt ein Energiewasser, der macht mehr Energie. Da hat man sehr selten Muskelkater, wenn man jeden Tag Ionisierwasser, Kangenwasser trinkt. Ja, ich habe, ähm, ich habe mir halt, ähm, auf die Stufe 3 eingestellt. Das ist halt, ähm, das ist halt, ähm, die 9,5, ähm, pH-Wert. Und ich nehme immer ein Glas, äh, voll, bis der Ionisierwasser so richtig, äh, äh, kommt. Da spricht auch das Gerät mit mir manchmal, und, äh, aber halt jeden, jedes Mal und dann weiß ich wann das Kangenwasser kommt. Ja, der hat, äh, eine sehr gute Pumpe, eine der besten Pumpe, die stärkste Pumpe und dann hat neun, äh, äh, Platinen, äh, Titan-Platinen. Ist eine der, es war vor Jahren der beste von der Markt. Sehr leicht zu bedienen. Ich bin sehr zufrieden, wie gesagt, äh, äh, Krankenwasser, ich sehr, sehr Ionisierwasser, ich, äh, äh, sehr gesund. Ähm, ich habe mir ein Auftisch, äh, äh, für ein Auftischgerät, äh, äh, entschieden. Ich habe leicht die Filter zu wechseln, und so weiter. Und der Rechwasser, wo halt mit dem ganzen, äh, äh, mit dem ganzen, äh, 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 Klur und alles mögliche, was reinkommt. Es riecht manchmal, nicht nur manchmal, immer riecht nach Klur, der Rechwasser. Und dann tue ich halt reinigen und so weiter, die halt, äh, meine andere Sache. Ein Topgerät, bin sehr zufrieden, und ich empfehlungswert. Ionisierwasser ist, wie gesagt, Krankenwasser, äh, der war nach dem Zweiten Weltkrieg, die haben sie die Japaner, ähm, in den Kliniken, äh, eingeführt. Die Ionisiergeräte haben sie in die Kliniken eingeführt, dass die, äh, dass die, äh, Soldaten schnell, äh, fit und schnell gesund werden. Deswegen, ich kann jeden empfehlen. Wer bei mir zur, äh, 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 beratung kommt, da tue immer, äh, 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 die, äh, sagen wir mal so, die Patienten, die wo Krankheit hat, oder die Kundin, wo nur halt bestimmte, äh, 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 bestimmte, äh, 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 Lebensstil ändern möchten. Und wie gesagt, ich empfehle das immer. Und deswegen ist eine top Variante, um gesund zu bleiben und fit zu bleiben. Wie gesagt, ich fahre sehr viel Rad, viele Pässe und so weiter in die Alpen. Und dann wird bei mir schon bemerkbar, dass ich keine Muskelkarte bekomme. Top Geräte, top Gerät, leicht zu bedienen. Wie gesagt, empfehlungswert. Dankeschön. Ja, vielen Dank an Herrn Kirchner. Der ist ja begeistert von seinem Ionisierer. Interessant wäre für mich noch gewesen, wie er den Dion Special mit der Wasserleitung verbunden hat. Eine von uns empfohlene Art ist mit dem mitgelieferten John Guest Tee Stück am Kaltwassereckventil. Das Video zum Einbau könnt Ihr gleich hier anklicken. Freut mich, wenn das Video hilfreich für Euch war. Und wenn Ihr noch Fragen habt, besucht bitte den FAQ-Teil unserer Website. Dort findet Ihr auch unsere Telefonnummer. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Bis bald. Vielen Dank.